Weichs und Blut Du verstehst so wenig. Sei's drum. Lass mich dich mit dem Zorn der Götter erhellen! Nimm das! Nimm das! Halt! Ah, Scheiße! Ah! Ah! Still, Moe! Cuff! Ah! 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 Dann tu es. Lass Glowekister schier in den Händen dieses Christen. Und wofür? Deinen Namen und ein paar Handelswege. Zweifelst du an der Macht deiner Götter, den Geist eines Mannes zu ändern? Tudor ist nicht länger der Eiferer, für den du ihn hältst. Menschen lügen, um ihre Haut zu retten. Wenn du fort bist, weidet er mich aus und verbrennt die Meinen. Das zeigten mir die Götter. Canon sprach von deiner Erscheinung. Die Nornir spinnen ihre Schicksalsfäden. Doch ohne deinen Plan wäre sein Herz unverändert. Dann bereue ich nichts. Auch zu dir hatte ich eine Erscheinung. Einen Weg, der sich windet wie die Ose. Das Netz einer Syren verdreht Leiber und Worte. Die Weissagung ist ein Fluss und wir können uns nicht gegen ihn stemmen. Sie kämpfte, um ihr Volk zu beschützen. Doch trat sie deinen Namen mit Füßen. Beschmutzt ihr ihre Ehre und die ihres Volkes. Ich warne mir selbst den Weg. Mama! Herr, hab erbarmen. Welch Zauberwerk ging hier vor sich. Die hohe Priesterin hat versucht, dich zu töten. Warum? In Gottes Namen. Ich habe ihr nichts getan. Sie fürchtete, die Kirche würde dich... ...mal einsetzen. Also überzeugte sie Kanon, dass du sterbst. Kanon und Modron haben sich verschworen, um dich zu töten. Nun starben sie durch meine Hand. Solch eine Verschwendung von Leben. Der Teufel flüstert in die Ohren der Menschen. Doch wir dürfen nicht auf ihn hören. Modron hatte eine Vision, in der du die Heiden auslöschst. Und Gwennett ist Kanons Bastard. Er beschützte also nur die Seinen. Sein Kind zu lieben ist eine Tugend. Zorn jedoch eine Sünde. Wie kann sich beides verbinden? Wir alle verlieren den Kopf, wenn unser Vermächtnis in Gefahr gerät. Sei es Name, Reich oder Kind. Was machen wir nun mit der kleinen Seherin? Ich sorge dafür, dass ihr an nichts fehlt. Sie trifft keine Schuld. Ich schließe mich nicht deiner Christenkirche an. Das musst du auch nicht. Ich schließe mich nicht.